So, liebe Leute, ich biete eine Wette an und ich hoffe, ich gewinne. Und zwar möchte ich 5000 Likes auf der Facebook-Seite Die Linke Brandenburg am Sonntag 14 Uhr haben oder sehen. Und denkt daran, es ist natürlich die Umstellung auf die Sommerzeit, nicht vergessen. Und wenn das klappt, werde ich an einer langen Tafel des Bundestreffens aller Tafeln hier am 1. Juli in Potsdam präsent sein. Und ich glaube, es werden die gebraucht, die da umher flitzen und zwar als Kellner. Und der werde ich dann sein. Also macht mit und drückt auf Gefällt mir Linke Brandenburg und ihr seht mich flitzen. Vielen Dank. Vielen Dank.